Ahhhhhhh Already packin Come with me Boah ich liebe meinen Stuhl Oh Gott das war jetzt ein bisschen schnell Mit dabei ist leider Max was gedacht Max? Max ist anscheinend doch nicht am Start Und da hat mein Internet auch direkt reingesackt Ist kostenlos, das Spiel ist kostenlos ja Zieht man auch glaube ich Dann nicht willkommen Kommen Spielt der Jogi nicht am Glied Bleibt er aus der deutschen Sieg Boah Oh ey Lecker Was bringt mir das aus? Ah Das bringt uns das Nein Rennhühnchen Renn Nein Doch Guck Um diese Musik da muss eigentlich so richtig episch zu sprechen Okay ich warte ich pegel mich mal leiser Es war einmal Auf einem Planeten Auf diesem Planeten lebten Menschen Unvorstellbar Doch ein Mensch War kein Mensch Er war ein Hund Der Hund Wollte nicht länger ein Hund sein Darum wurde er zum Küken Ja Mirko Kannst du noch ein Dreier haben? Ja 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 Vorher Das ist Das ist Das ist Oh Scheiße! Sorry Kiri, der musste sein. Komplett durch. Nein! Boah, der fliegt da, Alter. Für Schluss ich hab mit dir was noch spielen können. Ich hab gar keinen Bock. Okay, cool. Vorbereiten? Ja. Ja, komm jetzt. Ich brauch hier, ich bin fast da. Alter, was ist denn? Ich bin da. Als Senior kannst du dich vor allen Dingen überall vordrängeln und keiner sagt was. Weil es so ein Klischee ist, gell? Wer kennt denn deine aus, oder was? Es ist halt so, einfach augensgemäß. Max verkleidet sich immer als Rentner. Wieder billig, wieder billig. Dann bin ich immer der Erste. Ich bin immer der Erste in der Eiskilie, dann. Ich komm in meinem Rentnerkostüm zu Granskamm. Schnobad. Komm, zieht euch Schatten hinter. Ich hab so einen RGB-Gisch da. Ich hab so einen RGB-Geschalv aus. Ich hab so einen Eiskilie hier. Ey, mir rinnt die kurz vorerst. Oh, jetzt machen wir die an, ich hab so einen Eiskilie. Schau'n sind sie wie schrot. Man kann sie nicht unbedingt nehmen, nur nehmen sie an. Oh, Alter, das ist böse. Ja, bitte. Du bist wie sowas von Glück. Du kriegst einen Kochlöffel. Nein, Schmerz. Ja, okay. Was sagt deine Freundin eigentlich dazu? Das weiß sie gar nicht, wie steht in der Küche oder was? Ich hätte schon im nächsten Schilder bekommen können abfallen. Das weiß sie gar nicht, wie steht in der Küche. Was ist das für ein Sprachlöffel? Wie ist das für ein Sprachlöffel? Wie ist das für ein Sprachlöffel, wie steht? Ich hab's nicht mehr versucht. Das ist für ein Sprachlöffel. Ich weiß nicht, wie steht. Das ist für ein Sprachlöffel. Das kannst du ganz leicht rausfinden, Justus, wenn du jetzt auf WhatsApp gehst und siehst, dass du blockiert bist, dann hat sie geguckt. Nee, du schickst dann entweder Mittelfinger oder liest meine Nachrichten und antwortet dich, das ist viel schlimmer. Das ist wirklich schlimm, Alter, weil sie so krass. Oh, 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 WhatsApp, diese Nachricht wurde gelöscht, dreimal. Ja, das ist richtig. Fuck, scheiße. Max, der liegt irgendwie noch ein bisschen Motorradteil, denn kann es sein, dass du die noch suchst? Ja, ja, ich komme schon. Sehr gut. Warum deckst du jetzt irgendwas? Ich weiß, die Tür ist zu, aber hier ist es nicht. Ja, gut. In Gott oder so, ne? Einen habe ich. Warte, ich hiel mich aber erstmal. Nee, das. Alter, woher wusste ich das? Ruhig, 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 ruhig. Sag mal, wenn er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Ab ihn. Oh mein Gott. Das war der letzte Schuss, Alter. Das war der letzte Schuss. Ich bin leer geschossen. Oh mein Gott. Das ist der linkes Ei. Das war wirklich ins Ei rein, Alter. Ich bin weg, Alter. Ich bin weg, Alter. Und da, ich bin weg. Das war.